Ich lande hier im Bedroom, Timo. Ich lande hier ganze Bank. Ich bin so eingespielt heute schon. Sagst du wirst schon so eingespielt oder was? Naja, klar. Ich spiele gefühlt schon seit 8 Stunden. Ich bin so müde von der Autofahrt, ich sag's dir. Aber ich hab einfach Bock, noch so ein bisschen zu klacken. Keiner verfallt, aber mir platziert. Ich mach's kaputt. Boah, bei mir leckt's übel irgendwie. Bei mir ist die Connection jetzt auch nicht grad so geil. Ich weiß nicht warum. Bei mir leckt's eigentlich nie so. Ich hab einen schonmal. Keine Waffe, der Typ. Oh, hier ist ein Scar bei mir, Timo. Die liegt hier einfach rum in dem einen Raum. Alter, Digga, es ist ganz richtig komische Connection, gell? Ja. Ich weiß gar nicht, wo die goldene Kiste ist. Ja, die Connection ist probiert. Ist CD gut? Als Soccer, so an sich? Absolut, richtig gut. Echt? Er war krank in COD, Digga. Hat alle gefickt, er hat immer Combative gespielt. Ja. Er hat auch mit Carsten früher gespielt. Echt? Ja, ja, die kennen sich richtig gut. Du bist der, der da rumhampelt. Ich denke so, hä? Der humpelt denn da vorne rum? Alter, Digga, warum ist die Connection so komisch, Digga? Ja, die ist echt bisschen komisch. Das ist richtig weird, ey. Ach, schau mal, beim Eiswagen Timo. Einen hab ich. Der andere ist da auch noch oben. Noch einer? Der ist weak. Er ist komplett low. Wo ist der andere? Nice. Andere liegt noch oben. Oh, hier ist noch ein fetter Schildi. Könnte ich mir mal schnellen. Wurde Double Pump gepatcht oder nicht? Ähm, ein bisschen. Also, es ist ein bisschen langsamer. Ich hab noch einen fetten Schildi. Komm her, Timo. Ja. Also, bei mir ist... Ich hab jetzt schon fast 200 Leben. Ähm, ich glaube, ich nehme noch die Burst mit. Okay. Nehme den auf Reckless Basis jetzt einfach mal direkt hier einen. Kannst du Mini-Shieldi stacken? Oder, äh, Verbände zumindest? Verbände kann ich stacken, ja. Ich kann beide stacken. Ja. Die Verbände sind da theoretisch. Nehme ich mit. Die battlen sich ja übel da drüben. Was ist mit denen denn los? Wo bist du? Ah, da. Auf 195 sowas. Ja, lass da loslaufen direkt. Oh, neben mir ist noch eine goldene Kiste drin. Gönn dir, gönn dir. Boah, der ist absolut drauf gerade, ne? Ja, vor mir. Auf D-Modus. Easy. Hast du gefinished dabei, oder? Ey, Digga, warum krieg ich den Kill für den einen? Der war niedergestreckt. Ich hol hier und ich krieg den Kill dafür sogar angezeigt. Warum ist das so? Das ist irgendwie, wenn der andere rausgeht oder so, gell? Der ihn niedergestreckt hat. Dann krieg ich trotzdem den Kill. Weißt du, was ich mein? Der Timo, einer ist hier direkt neben mir. Oh fuck, ich kann nicht bauen. Er ist oben auf dem Dach. Oben, ja. Hab ihn. Easy. Er war ernst, der Power Ranger. Oh, ich helfe dir. Hab ihn. Easy. Gesneakt. Wie ist das? Digga, so eine komische Connection gerade. Ja, bei mir. Ich hab meine Waffe gejobbt, hä? Warum dropp ich meine Waffe? Ich kann die Verbände mitnehmen. Und ich hab noch so ne scheiß Schoddy, die brauche ich eh nicht. Ah, ja, okay. Warte. Ja, ich nehm das mit. Ich hab auch paar Verbände. Ich hab schon 7 Kills, ne? Ist schon eigentlich nicht schlecht. Ja, ist echt krass. Ja, ich hab schon gesehen. Ich hab dem Typen 2 Hits mit dieser Schoddy gegeben. Du kommst einen Schuss tot. Jaa. Wie kennt ich? Normalerweise ist immer anders drum, ne? Ja. Harte mal. Ich brauche absolut Ressourcen, Bro. Absolut wenig. Voll viele schreiben so. Was macht man, wenn ein Betrug nach Hause kommt? Erstmal Stream schauen. So ist richtig. Stimmt, heute ist ja Freitag, Digga. Man hört Anton kaum, wenn du schießt. ja das ist ein bisschen aufgedreht bei dir wahrscheinlich nein oder ich bin zu leise ich finde es lustig wir reden nicht mit ihr aber er hat er spielt auch so ein flawless ich weiß was ich meine ich wusste gar nicht dass er so gut ist weißt du doch digga er ist gut ja klar obwohl soll ich das wissen dass er so gut ist ja ich habe ja wir haben ja nie mit ihm geredet so an sich also du kennst ja kaum oder in echt hast du überhaupt einmal schon gesehen klar beim kartfahren er stimmt einmal ja wo wir hinlaufen ich fälle mal ein paar bäume digga ich brauche ressourcen ich habe gar keine ressourcen irgendwas komisch an diesem spiel wir wurden gerade ressourcen abgezogen ich habe ich hatte 80 holz mehr ich hatte 80 holz hat kein holz mehr krass heftig oder dein holz packt scheiben die ja ja digga das ist krass wahrscheinlich fällig ganz absolut fünf minuten bäume digga und gleich habe ich einfach kein holz mehr alles umsonst ja alle schreiben so wo ist zina keine ahnung wo zina ist ich könnte so ein trank vertragen trank auch schon auf 300 da wurden treppen gebaut erst auf dem dach timo bewegte ich noch nicht ich wollte gerade schießen eigentlich auf ihn hinter dir kommt einer raufmann noch einer neben dir auf dem ja hab ich gleich er ist so weg er weint so um sein leben digga er läuft weg ah wie der kill ich wollte ohne kill man man das war es dann schon auch wieder komplett natürlich auf verschwenderischer basis den ding ins gegönnte hier ist ein sniper ja die nehme ich auch muss das snipen mit der steuerung echt üben die wird sich auch denken so hey live mit den boys er gibt mir einfach goldene skar digga was los er gibt auf ehrenmann basis gibt er mir goldene skar alter lass mal direkt loslaufen alle mal hashtag ehrenmann in die kommentare für syvention er ist halt das jeans digga dachte sich so hey timo brauche das cooles für deinen stream man den hammer da am start man burak ist auch am start bro kam doch mit socken headset geht am pc ok weiß digga ja ich lasse nach der runde ein aber ich weiß was du meinst ich bei mir ist auch so mit ar halt ich schieße sehr oft noch aus der hüfte weil ich einfach vergesse mich zu ducken ja aber ich finde auch dass man eben voll ungenau so das sniper davor hatte ich so das krasse sniper das ist jetzt bei mir richtig hier was neid ist eigentlich unlogisch eigentlich muss das neid genau gleich bleiben aber er habe ich auch besseres aim davor gehabt weil ich mich mit der 1 halt immer instant geduckt habe ich bin mir l2 und l1 gleichzeitig gedrückt weiß wie ich mein ich kommt das noch auf n ist noch ein lootjob theoretisch da sind 22 schau mal links und rechts kommen lasst es das schnell holen digga ich hole den linken ok vielleicht ist ein raketwerfer drin erhalter flutjob jetzt schauen wir mal kurz ich lade burak gema kurz und skype ihr könnt ihr es liegt ihr euch den rechten lootjob timo ja oder gema kurz und skype ich habe dich zur konferenz hinzugefügt ich habe einen granatwerfer frage ist was soll ich halt jetzt bekommen ich kann gar nichts bekommen was mir was bringt timo außer ein 50er schritt soll ich 15 verbände mitnehmen oder ein medik ist goldes geharr ist bei mir bei mir liegt hier eine goldes geharr ja soll ich verbände mitnehmen oder ein medik ich nehme ich nehme verbände mit 15 verbände mit ich habe zwei medik ist okay ich nehme hier die urache hallo ich sag dir bescheid wenn drin ist schon mal die will ich schieß mal hier da liegt eine goldes gar ja ich habe die golde genommen ich will dass die lille nimmt ok hat sie perfekt krass dass er mir die gegeben hat nach so leute wie haben wir da alles im chat star world mega korrekt man scow raketenwerfer boah schwierige frage aber eigentlich immer skar weil skar vielseitig ist halt einfach die beste war für ein spiel haben wir dann auch so ich hätte ein bisschen damage kassieren von der zone ich habe noch einen goldenen granatwerfer ja die konfie nicht her warum du musst eigentlich nur rein join versuch mal wenn du mich kreuz was dann passiert vielleicht connectet dich das automatisch den call haben wir noch lecker auf jeden fall knochengestell hi ich grüß dich box auch mit abos safe call ja klar weinert weinert oder diese kilometer schlauchen ein so weg man glaube ich die man ja aber komm ich hier trotzdem erste runde des tages muss ich mir ein ganzer squad auf 165 warte ich bin gleich bei dir ich baue mich grad hoch kommen jetzt mir ja der hat der mich der mich gesehen im augenwinkel ok kommen wir die kommen gleich jetzt ja wo ich bin so toll ich bin weg 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 eine baut sich hier hoch digga er ist runter geslidet einer wichtiger einer direkt vor meine fresse nice alle geraped man haben wir ich hab mini schildes falls wer braucht nur ganz minimal bisschen ding ins kassiert der mitsch nachher von der zone der mensch ist der mich gar nicht angeschossen alter die die wurden so vernichtet na ja ich muss auch irgendwas krasses gemacht haben ich habe nur ein granatwerfer glaube ich ich habe eines gar gedroppt ein bisschen die mit der granatwerfer angedet die granatwerk ist am straff also wussten ich habe euch eingesehen auf s digga ja das helft kohle ich eingesehen war da war ich seit ich habe ihn gleich habe ihn absolut gegen er wollte mir liebe verteilen man ja ich habe ich habe schon gesagt braun ich loote ihn grad er hat hier in crossbow warum nimmt die nicht das medik ist keine ahnung digga vielleicht will er dass du es nimmst das richtung zone laufen brauche ich auf verschwenderischer basis gönne ich mir das medikit jetzt verschwenderungs meistens basis egal ich habe dafür 15 verbände mitgenommen ich glaube das auch und wertvoll ich habe diese skype bei mir wird nichts angezeigt warte ich kalt das war nach der runde klären timo ist gerade echt ich nehme auch nebenbei auf die das gerechte stabile runde bei mir also schau mal auf sich paar treppen da ist auch einer auf dem berg timo ich wollte einfach so fahren ihn an hätten ich glaube es wäre locker 300 meter oder so gewesen der eine war allein oder was in oder gibt es meinen tasten ja er war alleine also auf o sind zwei so auf dem berg die springen das ein bisschen rum wollen wir einfach auf eine halle gehen timo auf die mittlere ja können wir machen oh shit da kommt jetzt und dann ist auch geöffnet auf no ja ich gehe auf die halle erst mal drauf er passt jan doppelpunkt p den heute zehn euro und schreibt danke an mann der korrekt freut mich dass so spät noch am start ist digga gerade dass du nicht auf playstation zockst das können wir auch mal zusammenspiel ähm nochmal gucken hier was für ein hässchen jetzt hier gespielt wird so ich habe mir eine ganz stabile base errichtet digga ich hätte eigentlich noch die fallen platzieren sollen so auf no sind auf jeden fall paar gegenseit am laufen ein fast angehtet einer habe ich leicht angehtet boah ich habe ein sniper shot kassiert nicht schlecht nicht schlecht erspricht wo hast du ihn geholt er hat für sein leben kassiert digga er hat für sein leben den todesquickscope kassiert für sein leben alter zwischen 60 und 75 sind die ne? er war auf 120 boah so knapp hat mein kopf vorbei oh ja das ist ein schwieriges shots digga neip macht so spaß in dem gang ja ja ist was so ich habe einen niedergestreckt ich habe einen millimeter vorbeigeschossen wenn ich jetzt einen shot kassiere bin ich down auf jeden fall naja hm komisch rechts bauen die auch noch ne sollte ich kurz was machen ohne ist hier das heißt es wird alles in diesem wald abgehen ne aber jetzt gleich habt ihr mal noch einen jump pad? ne digga oder ich guck mal kurz ne ich hab nichts ich sneak da jetzt runter ne jo ich hab gar nicht so viel gutes baumaterial auch nicht so viel ja ili ist halt genau in der zone ne hier auf der rechten halle bist du auch in der zone ich weiß ich mach aber jetzt grad so einen anderen modus ich geh zu ili hoch digga ja ili hat sich eins hoch gebaut ich geh schon mal so bisschen ohne vor ah er läuft da rechts unter den berg ah ich sehe einen warte mal auf 75 timo können wir snipen das sind so viele ah das ist schwierig ich bin schon im wald ne ja ah bro das ist so ich sehe so viele gegner das ist absolut ameisen bande hab einen angehettet äh timo ähm jetzt bei dir ist einer ziemlich weak wenn du so rechts von dir schaust rechts grad aus einen hab ich nieder gestreckt okay 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 ili hat ihn gefinished nice ah ah ili und ich machen ein bisschen sniper action digga timo du brauchst Hilfe gell da sind zwei rechts von dir rechts von dir ich hab kein baumaterial ja warte ich hab einen niedergestreckt warte wir helfen dir wir helfen dir ili ili wenn du mich hörst digga ja müssen wir kaputt schießen er wird ihn heilen für euch ist schon klar dass in 30 Sekunden die zone kommt ihr eh da runter müsstet wüsste ich schon noch ich weiß ich weiß aber wir haben einfach versucht damit er nicht dich nicht finisht weißt wir haben ihn weggehalten von dir jetzt komme ich zu dir das war eh mein plan bro sind sie jetzt tot oder was ja ja einen hab ich geholt krass die anderen pieken halt da von NO immer noch rüber ne ich weiß ich weiß jetzt kommen die da die laufen da auch was ich das noch überlebt hab komm her kurz da ist ein äh raketwerfer rechts dem sneak ich mir gleich Timo ich hab keine mini-schädies die laufen da alle links ich hole auf jeden fall einen raketwerfer wir sind auch in der zone das ist das gute digga ich hab halt kein baumaterial ne das ist echt belastend ist da noch ein medikit weiß ich nicht das aber noch ein raketwerfer das weiß ich oh ich kann halt nichts machen ne ohne bonus halt belastende modus naja ich glaub's dir warte wow schon wieder direkt ein millimeter neben mir das ist so ungerecht ich kann mir nicht mal Digga alles gut alles gut alles gut Timo ich kann mir nicht mal ein ding holen scheiß raketenwerfer Digga was macht der chill 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 komm ich hab 13 kills aber oh man ich will doch nur entspannt zocken alter alles ist gut Timo solange du wild bist komm komm spring hoch mit mir eins zwei drei komm hopp jawoll das klappt doch super hier Timo he he oh ich seh die er kommt der ja auf NU Digga einen hab ich in dir gestreckt schnell nach Sniper ich push dir jetzt mit Raketpfeffer nice das war doch mal noch ein schöner Quad-Feed von dir am Ende Timo heftig heftig aber geile Runde Digga geile Runde wie viele kills hast du? ich hab neun neun Iliad bestimmt auch noch Digga wir haben bestimmt save 30 kills zusammen gemacht alter grad richtig nice man